Der Fluss war einst ein Mensch Man sieht hier das Plakat unscharf hinter mir Das soll ich sein Und ich stehe hier am Filmtheater Friedrichshain In dem der Film am 27. September seine Premiere feiern wird In dem Film Der Fluss war einst ein Mensch geht es um einen jungen Deutschen Der sich in der afrikanischen Wildnis verliert Und versucht zu überleben An einem Ort, den er nicht kennt Den er nicht versteht Und an dem er noch nie war Untertitelung des ZDF, 2020